Viel Vergnügen mit der Fasnacht Breitenbach 2023 wünschen unsere Sponsoren Armin Kündig, Auto Wiedermatt AG, Landgasthof Weissenskreuz, Borr TV, Karosserie Remo Schmidt AG und Bruno Hügle AG. Wir sind in Breitenbach bei strahlendem Wetter. Die Leute warten voll Spannung, dass es losgeht, Fasnacht nach einer langen Zwangspause. Es ist zu knistern zu spüren, es ist zu spannen zu spüren. Alle freuen sich, dass der Umzug losgeht. In wenigen Minuten sind wir soweit. RegioTV Plus für Sie an Fasnacht Breitenbach. In dieser Menschenmengen, jemanden vom Komitee zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich bin auch aus Bern herausgezogen, habe mich durchgefragt, habe jemanden gefunden und jetzt schauen wir, wo sie sind. Wir haben eine Rekordzahl. Wir haben 46 Formationen, 46 Klickene. Einer der grössten Umzugs im Kanton Solenturn. Und von diesen 46 sind 18 Guggenmusiken, also regional vertreten. Und jetzt geht's los! RegioTV Plus für Sie an Fasnacht Breitenbach. Wir freuen uns, dass wir uns umwändig mit der Fasnacht Breitenbach auf Dutzka spielen. Eis Wellen ist aber auch dort. Es ist echt freutlich. Wir freuen uns, dass wir uns um die Fotos sehr gutieren können. G Servis, die kommen in seiner Bremse das Fasnacht Breitenbach. FreView- спокой mineitチャreter. Die comparen A done bei oben. J穴 Bühne ist enorm. Geções sind jetzt inulkbereiten. Wir sind beim Kinderwagen von den Geissenschränzen Zobel, Guckenmusik Geissenschränzer. Da sind meistens alle Kinder, die in den Gucken spielen und auch passiv mitgliedern sind einfach Kinder dabei. Dieser Wagen besteht schon seit 5 Jahren, wenn nicht noch länger, ich bin jetzt im ersten Jahr dabei, ich habe zuerst in der Gucken gespielt und jetzt mit der Tochter und alles funktioniert nicht mehr mit der Gucken, aber wir dürfen jetzt noch in diesem Magen sein. Auf welcher Begegnungszone stehen wir hier? Wir stehen in der Begegnungszone von Meltingen, von unserem Dorf, wo wir herkommen. Die ist dieses Jahr gebaut worden und es ist ein wenig dahingestellt. Es ist ein sehr sonderes Elendorp und hat jetzt eine Begegnungszone. Wir sind Neandertaler, Klimawandler, wir kommen aus Nunnigen. Wir haben dieses Jahr ein 5-jähriges Jubiläum. Wir machen Seminar, wir bieten Seminare an. Offensichtlich mit dem Erfolg, sonst seid ihr ja wieder Neandertaler. Genau, sehr mit Erfolg. Was für Gott, wer seid ihr denn? Götterwagis aus Breslach. Wir sind back to the twenty. Was bewirken die denn so als Gott? Vor neun Jahren ist das einfach einmal so gekommen. Den Namen und wir haben ihn dann auch genommen. Das hat keine spezielle Bedeutung dahinter. Aber Wetterglück habt ihr auf jeden Fall gebracht. Schöne Fasnacht. Ist das die erste Fasnacht für die Tochter? Nein, nein. Wir sind alle Jahre hier an der Fasnacht. Auch schon als sie ganz klein war. Da ist es immer mega schön. Und wie ist es nach dieser Pause? Ja, umso schöner, dass wir wieder alle zusammen da sein und zusammen Fasnacht machen. Euch ist das Bauland ausgegangen? Ja, hier in Breitenbach. Ich hatte ein bisschen Mühe. Ich musste es ein bisschen steigern. Der, der mehr zu halten, hat es bekommen. Hoi, schenkt ihr eine Rösalie. Du bist meine Rose. Danke vielmals, Schlumpf. Ich nehme es sehr gerne. Nicht wür Veidigung. Entde� Apf. Sorry, nein. Wir müssen alle j−schön sein. Na 좋아하는 Fasnacht ein plug, als das? Na, unsere Z Перetz sinkt. Aufshawn Geräusch. D wipe es einfach in der Familie. Mühe Auf – Un40er. Musik Musik Wir sind in die Triebe gehörten von den Orengröben Ordnungen und wir spielen die Cookies aus, die man im Internet nicht mehr aktivieren muss, bevor man etwas machen kann. Musik 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 Das war's. Wir sind die Städte und machen jetzt über Benzinpreisen, über die ganzen Steigungen, wo es geht, genau. Und was macht ihr dagegen? Ja, dagegen können wir leider nicht viel machen, ausser ein wenig demonstrieren, so mit unserem Wagen jetzt hier an der Breitenbach nach Fasnacht. Genau, ja. Und im besten Bau könnt ihr dann auch noch auf die Strasse kleben? Ja, nein, das machen wir nicht, da sind wir auch nicht die grössten Fans davon, oder? Wir sind KISS, eine legendäre Band aus Amerika und wir spielen die aus. Sie haben dieses Jahr ihre Abschiedstour. Die gibt es seit 50 Jahren. Und was seid ihr ursprünglich? Gräni Buben von Nunnigen. Wir sind eine Clique aus elf Mann und wir sind alle im Alpen zwischen 18 und 22. Und wir sind immer noch auf die Strasse kleines Musik und wir sind alle im Alpen von ein paar Jahre altes Jahrhundert. Und wir sind im Alpen von Csarland und wir sind bei der Begründung. Und wir sind alle im Alpen von Csarland und wir sind alle im Alpen von Csarland und wir sind alle im Alpen von Csarland. Sie sind ja Jäger des verlorenen Schatzes. Was sucht ihr? Wir suchen endlich die Fasnacht. Im Corona-Jahr konnten wir endlich wieder gehen. Die Fasnacht haben wir endlich gefunden. Das ist unser Schatz. Wir können endlich die Fasnacht wieder machen. Das ist die einzige Freude von mir zu Hause. Wir können den Leuten wieder etwas bringen. Das ist schön, die Fasnacht wieder hier zu haben. Und wer seid ihr? Wir sind die Hornsitz-Unft-Brieslach. Wir sind sieben Aktivmitglieder. Seit 1985 wurden wir gegründet. Seitdem machen wir einen Wagen. Wunderbar, ihr habt die Fasnacht gefunden. Wir wünschen euch eine schöne Fasnacht. Das wünschen wir euch auch. Alle eine schöne Fasnacht. Bessi-Film und Tschüss zusammen. Und da haben wir auch noch einen Kommentar zur Fasnacht. Sehr schönes Wetter und verdammt geil. Ja gut, so ist es. Warum zum Typhus suchen, den Winnetou? Er ist überall verschwunden. Wo ist er hin? Man hat ihn als Stereotyp bezeichnet und verbannt. Seitdem ist er nie mehr der Arme. Unser Held aus der Kindheit ist weg. Der ist politisch nicht mehr korrekt? Ganz genau. Wie steht es um euch, Wackis? Ja, ob wir politisch korrekt sind, weiss eh niemand. Darum fahren wir mal so weiter, wie ihr das macht. Ganz genau. Immer weiter, gerade aus. Wir sind hier auf einem wahnsinnig verrauchten Wacken. Wer seid ihr? Ein Abenschlippen von Fähre. Was spielt ihr denn aus? Stiegsen, Alpenabzug. Schreibt auf! Lauf bei euch! Das muss man noch einmal sagen. Wolfsriss und die Alpen ist das Thema. Der Wolfsriss? Wolfsriss. Von den Alpen haben wir das Thema heute. Und was ist das? Wieso das? Weil es einfach geil ist. Das ist ein Grund, das ist wahr. Schöne Wasser. Gleichfalls. Fösi. Viel Spass da. Fasnacht aus Breitenbach 2023 ist Ihnen präsentiert worden von Armin Kündig, Auto Wiedermatt AG, Landgasthof Weisses Kreuz, Bohrer TV, Karosserie Remo Schmidt AG und Bruno Hügle AG.